Ich war jetzt gerade bei einem Freund und bin jetzt auf dem Rückweg und jetzt noch ein kleines Update zu den Straßenlampen hier im Kaff. Hier ist noch die schöne alte, die ist jetzt natürlich schon dunkel, ist alles eingeschaltet. Dann können wir auch gleich mal sehen, wie die eingeschaltet ausschauen, diese hässlichen LED-Lampen. Spontane, schnelles Video. Ich kann jetzt auch nicht so lange filmen, weil ich jetzt schneide und ich habe keine Ahnung, wie das Handy hier die Schneeflocken verdreckt. Nicht, dass das im Arsch geht. Haha, mir fällt gerade was Schadenfrohes auf. Eine LED-Lampe ist schon im Arsch. Hier, die ist kaputt. Das nenne ich ja mal Billigklump. LED halt. Jetzt kommen wir hier, wo die alten Lampen noch waren, wo diese auch gleich, wo die eine kaputte war. LED-Lampen, man sieht jetzt schon, es ist ja ein anderes Sichtverhältnis hier. Die schauen jetzt so aus und es schneit. Bisschen schlecht. Ja, der Fokus. Bäh. Ich will zwar keinen Schnee essen. Gut, also hier die ganze Reihe ist jetzt hier so, wo auch diese eine kaputte war. Ich kann jetzt, wie gesagt, hier gerade nicht in Ruhe filmen, weil es schneit. Ich möchte jetzt mein Handy jetzt nicht durch die Feuchtigkeit vom Schnee zerstören. Sicher, das geht mal vor. Ich hoffe, euch gefällt es, auch wenn es jetzt gerade nicht so schön wird, das Video. Aber ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Zug nebenbei, weil den muss ich erwischen. Der fährt ja um 39. Hier haben wir auch die LED-Lampe. Und dann, ab der, wo in die einen alten Lampen wieder kommen, da hat sich nichts mehr weiter geändert. Gleich. Nur hier, dieses kleine Stück ist jetzt neu. Und die beim Bahnhof sind ja eh schon früh. Ja. Hier hinten sind noch die alten. Das erkennt man, glaube ich, gut. Aber wahrscheinlich auch noch mehr ewig befürchte ich. Und hier ist es schon eine hessliche LED. Das merkt man auch gleich, wenn man eins filmt, dass es anders schwiegelt in die Linze. Oh Gott. Ach du Scheiße. Dieses Wetter, okay. Und ab hier sind die Lampen wieder alt. Hat sich nichts mehr noch geändert, außer halt, die was schon neu waren. In die letzten Videos. Ist gut, ich sage, da geht es mir zu schauen. Euer Übernimmer-Straßmann-Fenn und 11. Alter. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Ein kurzes Update hier zu diesen Lampen hier. Ja, gut. Haben sich ein paar neue Lampen geändert. Sind moderner. Ein paar rein hier. Schade. Aber gut. Muss mal schauen. Vielleicht ist das alles ein bisschen schwer. Vielleicht muss ich mal bei der Stadt Nürnberg mal eine E-Mail schreiben und mal fragen, ob man da was bekommt. Und ich möchte jetzt endlich auch mal meine eigene Straßenlampe haben. Was ich so in Videos und sehe auch die große Schuhleuchte jetzt mit neuen Leuchtmitteln und jetzt noch eine neue durchsichtige reingemacht hat. Das war schon cool. Jetzt leuchtet es wübsch. Ja. Besser wie die alte, weil die war ja kaputt. Die hat immer ausgegangen und neu gestartet. Gute Sache. Danke und Tschüss. Danke.